Jetzt ist die Stromleitung da, ja? Achtung, ich gebe das Schub. Ja, klar. Ich setze höher, ich setze auf die zweiten Striche, die dort sind. 180 kmh. Plot 75. Ich sehe hier nix, Alter. Bitte keinen Strom aus. Geh hoch. Das war echt eine lange Landung. Ja, das war... Naja, schön war sie nie, aber... Dafür, dass ich spontan war, fand, war ich relativ zufrieden. Naja, mit der F-15 haben wir das Beste von mir gekriegt, ne, untersuchen. Aber wir haben auch mehr Übungen. Das übt man noch, das war uns der Erste jetzt, oder? Und ich hab alles auf Video. Echt? Ja, ich hab's gerade aufgenommen. Wenn du das irgendwie hochladen kannst, du mich das mal extrem interessieren. So wie das von außen aussieht. Also... Moment. Acho dabei! Ich glaube, wir können das völlig dringendíamos. ��У. Vielen Dank.